Wie war das mit dem Flughafen in die Klinik? Wir sind ja direkt vom Flughafen hier in die Klinik gefahren und hatten dann nach ein paar Stunden den Befund, den Fahrplan, was wir machen sollten. Deshalb fiel es uns nicht schwer, in kurzer Zeit zu entscheiden, dass wir das so machen, wie es vorgeschlagen wurde. Ich finde, der Internetauftritt und wie es nachher hier ist, das ist absolut identisch und authentisch. Ich finde das super, weil ein Zahnarzt ist immer eine Vertrauenssache. Sie arbeiten ja hier in Schichten. Man hat trotzdem das Gefühl, dass man gut aufgehoben ist, auch wenn man immer wieder andere Leute kennenlernt. Aber es hat mir keine Rolle gespielt. Ich habe das sehr als eine angenehme Erfahrung wahrgenommen. Ich bin lieber in der Fahrt von mir immer wieder. Ich muss es jetzt wieder einmal. Und ich kann es dir lernen und ich muss es dir sagen. Ich bin lieber in der Fahrt von mir auch. Ich bin lieber in der Fahrt von mir. Ich bin lieber in der Fahrt von mir. Und ich bin lieber in der Fahrt von mir. Vielen Dank.